Guten Morgen Leute, ich bin's mal wieder, euer Lukas. Ich war jetzt gerade im Kaufland und jetzt habe ich noch mal eine 10 Euro Playstation Karte besorgt. In dem Sinne, diejenigen, die schon mitgespielt haben bei der letzten Verlosung, müssen jetzt nicht nochmal irgendwas kommentieren. Falls aber irgendjemand Neues jetzt auch noch mitspielen möchte, dann soll er bitte auch folgende Schritte machen. Erstens, meinen Kanal abonnieren, also meinen TikTok-Account und meinen YouTube-Kanal abonnieren. Zweiter Schritt, diesem Video ein Like geben und dritter Schritt, etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Genau, und die Auflösung kommt jetzt schon etwas früher, weil ich ja leider vergessen habe, jemanden aufzuschreiben bei der gestrigen Auflösung von der anderen Verlosung. Deswegen werde ich das jetzt schon am Mittwoch, also übermorgen, wieder auflösen. Deswegen an diejenigen, die jetzt noch neu mitspielen möchten, beeilt euch am besten und lasst euch nicht allzu viel Zeit, denn übermorgen kommt schon wieder die Auflösung. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Montagmorgen, Montagmittag und bis zum nächsten Mal, euer Lukas. Tschau Leute!